Drei Arten von Dates beim ersten Fehler vermeiden bei Chayas, Girls, Boys oder sonstigen Leute. Egal was. Und jetzt, let's go. Beim ersten Date, nicht zu versuchen sie so zu küssen Leute, weil schwierige Folgen Leute. Du kannst halt einfach eine so gescheuert kriegen oder die hat keinen Bock mehr auf dich. Ja Leute, ich hatte das auch schon mal. Irgendwann vor 100 Jahren Leute. Gepflegt hinkommen, gestylt hinkommen. Auf jeden Fall nicht so wie so ein Penner. Auf jeden Fall. Am besten noch Haare die Stadt gemacht haben. Leute, weil der erste Eindruck zählt hier beim ersten Date. Deswegen sonst Sayonara. Die Nummer drei Leute. Wenn ihr beim Date seid, guckt nicht ganz halt auf dem Handy oder schreibt irgendwie oder guckt so nach. Leute, dann denkt die auch beim Date so. Hä? Der ist gar nicht an mich interessiert. Warum? Hat der noch eine andere zum Schreiben? Oder will der mir fremd gehen? Oder was macht der da? Der konzentriert sich nicht. Einfach so abgelenkt. Deswegen. Scheiß Handy, Alter. Deswegen Leute. Geht am besten wie früher. In den 50ern, 70ern, 60ern so. Einfach ohne Handy. Einfach so kennenlernen. 4igaa'. 9erno, 70ern. 10ern. 9ern. 21ern. Vielen Dank.